Ich will eine Frau haben, die richtig mich schlagen, genau doch. Rambo, da bist du bei mir an der richtigen Adresse. Maria, stehst du drauf, Männer zu schlagen? Ja, das ist mein Lieblings-Fobby. Aber Maria steht drauf, Männer zu schlagen. Ach. Alter, der ist krank im Kopf. Ich schwöre auf meine Mutter, der ist bitter. Ich schwöre auf alles, der ist krank. Nino, bist du nicht Mann? Hey, Nino, stehst du nicht drauf, wenn Frauen dich schlagen? Der ist eh. Doch, im Bett ist ein Knockout, damit kannst du direkt schlafen gehen, ohne dass ich angefangen habe. Der Freund... Hey, Leute, bitte kann einer Honja rufen. Irgendwas für den Jungen. Ich komme nicht parat. Es ist Freitag, Leute, mein Kopf. Ich kann nicht mehr. Aber Maria, wie findest du Rambo? Nicht. Nicht dein Typ? Ich stehe auf... Doch, Rambo. Voll komisch, habe ich es an. Kannst du boxen, Rambo? Ich kann gut boxen. Zeigst du, Rambo, wie du boxen kannst? Zeigst du. Zeig mal. Ich kann gut boxen im Bett. Warte, wann du... Gegen den Boxen in deinem Bett? Gegen die Matratze? Glaub mir. Wenn du nicht geweint, ich meinen Namen losche. Was? Wenn du nicht geweint, nicht gescheint, ich meinen Namen losche. Kannst du Deutsch reden, bitte? Ich habe nicht... Er sagt, wenn er sie boxen im Bett und sie nicht weint, dann kann sie seinen Namen löschen. Ah, ich habe kein Wort verstanden gehabt. Aber eigentlich, du machst doch immer Fuß hoch, Rambo, oder? Das genau. Hast du gesehen in Fitness? Ja, habe ich gesehen. Du wurdest gekündigt, weil du hast Fuß hoch gemacht von Gerät, ne? Ja, von Samy. Samy ist schwank. Schwank geworden. Schwanker. Samy. Von mir schwank. Vernichte, Samy, bevor der Eier legt, der geht ja doch noch schwänger. Der ist schwanker geworden von mir. Hast du nicht gesehen? In Fitness?